Eine klangvolle Kooperation. Ab 2011 unterstützt BMW das Talentförderprogramm der Piano-Manufaktur Steinway & Sons. Zum Auftakt gestalten BMW und der traditionsreiche Klavierbauer eine exklusive Sonderedition des BMW Active Hybrid 7. BMW und Steinway passen hervorragend zusammen, denn beide Marken sind Symbole für traditionelle deutsche Handwerkskunst. Und wie sich herausstellte, haben wir dieselbe Auffassung perfekter Produkte. Diese Genauigkeit, diese Präzision, dieses Engagement, das ist es, was ein solches Fahrzeug Realität werden lässt. Mit diesem Wagen haben unsere Designer einen tollen Job gemacht. Sie haben die Philosophie von BMW und die Philosophie von Steinway durch das Design vereint. Als Farben haben wir nur Weiß und Schwarz verwendet. Sie stehen für Präzision und Exklusivität und natürlich sind Weiß und Schwarz die Farben, die Steinway für die Tasten seiner Klaviere verwendet. Auch die Leier, das Symbol von Steinway & Sons, haben wir äußerst exklusiv integriert. Oft frage ich mich, wie unsere Ingenieure die nächsten Grad der Perfektion erreichen. Was mir in diesem Fahrzeug am meisten gefällt, dass es so luxuriös ausgefallen ist. Das Audiosystem, das wir extra für dieses Fahrzeug entwickelt haben, ist wirklich etwas Besonderes. Man fühlt sich wie bei einem Live-Konzert. Ich habe den Wagen gefahren und es war ein tolles Erlebnis. Überrascht haben mich die Leistungsstarke, die Eleganz und natürlich das neue Audiosystem. So einen BMW Active Hybrid 7, den hätte ich gerne selber.